J. Wie Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum Im Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum, oder auch kurz Grimm Zentrum genannt, befinden sich die Universitätsbibliothek und der Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin. Öffentliche Computer- und Multimedia-Arbeitsplätze und die Mediathek erleichtern das Lernen und Studieren. Kopier-, Druck- und Scan-Möglichkeiten runden das vielfältige Angebot im Grimm Zentrum ab. Weitere Informationen, wie zum Beispiel zur Architektur des Gebäudes, findest du unter hu.berlin-grimm-zentrum Untertitelung des ZDF für funk, 2017